Alter, pisst der da hinten gerade oder was? Wir werden da auch hingehen, wahrscheinlich, also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber es wird darauf hinauslaufen, auch wenn die Einstellung von denen ein bisschen extrem ist. Ich bin ja sonst eher immer so der nette Liebetyp, aber man muss auch mal aus einer Wohlfühlzone raus. Wir erinnern uns noch, wie ich Witcher 1 durchgespielt habe und mich mit Absicht komplett auf die Seite der Menschen geschlagen habe, was richtig übel teilweise war. Aber ich habe es durchgezogen und ja, ich denke, da wird das hier noch eine Kleinigkeit sein, wenn wir bei den Outlaws sind. Jeder denkt nur an sich selbst. Einstellung. So, wir gucken uns hier noch ein bisschen weiter um. Hier sind noch fette Gegner, deswegen, also man kommt nicht weit, bevor schon der nächste fett Klops auf dich wartet, der dir aufs Maul hauen will. Wir gucken uns mal weiter um, immer noch auf der Suche nach einem Teleporter. Oh, da ist einer. Ja, geil. Okay, das ging schnell. Dann können wir uns nämlich jetzt mal Duras organisieren und noch ein bisschen was leveln. Und Ausrüstung müssen wir gleich mal checken. Vielleicht finde ich ein gutes Schwert. Ich kaufe mir im Zweifel jetzt auch mal eins, ohne Spaß, weil langsam... Ich würde ja gerne die Axt nehmen, aber ich habe noch nicht genug Stärke gelevelt. Sobald es uneben wird, dann bist du ja auch verloren, muss man einfach sagen. So, und jetzt Spezialschlag. Bums. Und weiter. Alter, wie viel hält der denn aus? Weiter, 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 weiter. Nicht aufhören, jetzt ausweichen. Okay, das Ausweichen hat gar nichts gebracht. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Gottes Willen. Ja, tot. Also, keine Ahnung, Mann. Ich bin einfach echt zu unfähig für dieses Kampf. Ich bin ganz ehrlich, ich kriege das nicht gebacken. Also, ernsthaft nicht. Gut, laden wir nochmal. Hmm. Also, ich raffe nicht, wie man ausweicht richtig. Keine Ahnung. Wird noch. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe so ein gutes Gefühl. Ich habe halt den hier, aber das hilft mir doch nicht. Wir können mal gleich versuchen, so zu blocken. Das wird nichts bringen. Bei aller Liebe. Das funktioniert nicht. Kriff ihn doch. Danke. Weiter. Jetzt ist die Leiste voll. Jetzt mache ich einmal Q. Bum. Jetzt weiter. Angreifen, angreifen. Nicht abbrechen. Immer weitermachen, weitermachen. Warum hörst du jetzt auf? Jetzt ist hier das da. Ja, Q. Blocken bringt nicht viel. Was muss ich bei dem Ausrufzeichen machen, Leute? Ihr müsst mir das sagen. Und Spaß. Ich werde jetzt diese Woche so irgendwie überleben müssen, aber ich muss wissen, was das bedeutet. Ich würde sagen, ausweichen. Aber wenn ich so ausweiche, das hilft ja gar nicht. Er trifft mich ja trotzdem, weil ich gar nicht weit genug rolle, als dass das in irgendeiner Form einen wesentlichen Effekt hätte. Ja, wir werden es sehen. Das wird noch geil. Ich struggle hier echt. Also, na? Ich bin in Sorge, was diesen Nahkampf angeht. Aber du, das wird. Man muss sich auch seinen Herausforderungen stellen. Was ich mir auf jeden Fall jetzt schon... Was ich jetzt schon sage. Sollte es passieren, weil es kann durchaus sein, dass ich mich komplett verskille, ja? Würde ich vorschlagen, dass wir uns das Recht offen halten, unsere Skillpunkte zurückzunehmen. Und nochmal neu zu leveln. Damit wir nicht von vorne anfangen müssen. Aber, ähm... Ich denke, wir kriegen das hin. Also, bis Stufe 11 habe ich mir jetzt was Schönes ausgesucht. Das sollte passen. Da sind alle Sachen drin, die man so als Nahkämpfer braucht. Die wohl auch gut funktionieren. Ist halt nicht der Fokus, was ich jetzt in den Kommentaren gesehen habe, war Fokus, Stärke, sofort eine geile Waffe. Hier hast du den Fokus jetzt erstmal auf die Skills, die dich möglichst früh unterstützen, um dann gut zu kämpfen. Klingt für mich halt irgendwie logisch. Ne? Habe ich mir auch nicht komplett selber ausgedacht. Deswegen, da sind ein paar Elex-Experten am Start gewesen. Mag vielleicht anders sein, als der ein oder andere am Anfang skillt. Deswegen, ihr dürft auch gerne weiter immer noch reinhauen in die Kommentare. Es geht ja ab Stufe 11 dann ja auch wieder regulär weiter. Und da brauche ich sowieso wieder eure Hilfe. Ich brauche generell eure Hilfe. So, kleine Farm wurde aktiviert. Das ist doch schon... Oh mein Gott, wo kommst du denn jetzt her? Ist wirklich... Finde ich ja sogar... Also dafür muss ich sagen, da finde ich Elden Ring einfacher. So. Um Kampfsystem her. Das fühlt sich einfach... Das ist halt meine persönliche Meinung, aber ich finde, es fühlt sich nicht gut an. Also das Kampfsystem... Ich habe das Gefühl, als hätte ich keine Kontrolle über das, was da passiert. Vielleicht wird das noch, aber aktuell... Fiona. Aktuell habe ich da... Fühle ich mich unwohl. Aber das wird, Leute, das wird. Jetzt Karte öffnen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück zu Duras. Sagen ihm mal Bescheid, weil wir haben doch jetzt... Wenn wir mal gucken... Ah, nee, wir waren am Lesen. Warte, wir lesen erstmal noch weiter Zeug, damit ich keinen Ärger kriege. Altes Papierstück. Wir wollen am Samstag bei schönem Wetter eine kleine Grillparty machen. Ihr seid natürlich herzlich mit eurem Sohn eingeladen. Die begrüße Familie Samson. In Zukunft versuche ich das Zeug immer dann zu lesen, wenn wir da sind. Also wenn ich was einsammle, will ich es immer sofort lesen. Was mich halt ein bisschen stört an der UI ist, wenn ich ein Schriftstück einsammle. Das machen andere Spiele ja auch so. Ich sammle ein Buch ein, ein Schriftstück. Dann gibt es meistens die Möglichkeit optional mit einem Shortcut, dass man sagt, willst du das jetzt gleich lesen, drücke L oder so ein Scheiß. Und dann öffnet sich das sofort. Das gibt es hier nicht. Du musst jedes Mal dann das Inventar öffnen, auf die Notizreiterkarte gehen, scrollen, suchen, wo ein Ausrufezeichen dran ist und es dann lesen. Das ist so ultra umständlich. Ich raffe nicht, warum es nicht einfach, du hast ein Schriftstück eingesammelt. Willst du es jetzt gleich lesen, drücke Taste so und so. Oder mach es einfach sowieso generell sofort auf. Und dann kann man es ja schließen, wenn man es nicht lesen will. Das, so machen andere Spiele das. Es ist einfach meiner Meinung nach viel sinnvoller. Fleckige Liste. Lampe im Bad wechseln, Reifen im Auto wechseln, Planschbecken im Garten aufbauen. Da war die Welt noch in Ordnung. Formaler Brief. Die Überprüfung Ihrer DNS war erfolgreich. Sie sind ein geeigneter Kandidat für unser Projekt. Daher ist die Überprüfung Ihrer Familie eine reine Formalität. Melden Sie sich für einen Termin in Ihrem örtlichen Informationscenter. Sobald alles geregelt ist, werden Sie im Zuge des Projekts umgesiedelt. Wir freuen uns auf Sie, Infinite Skies, für eine bessere Zukunft. Was ist denn diese Infinite Skies? Ich hoffe, wir finden da noch ein bisschen mehr rüber raus. Lagebericht. Das Weltenherz ist viel zu gut befestigt. Wir werden es an der Grenze dulden müssen. Dafür stimmen die Gerüchte. Der Konverter unten im Tal ist komplett abgeschaltet. In wenigen Tagen werden wir zurückkehren. Die Mission hat keinen Sinn mehr. Rominöser Zettel. Fred war hier. Ja, Grüße gehen raus, Fred. Rechnungsschreiben. Sehr geehrter Mr. Winstons. Dieses Schreiben dient lediglich zur Bestätigung, dass Sie das gelieferte Gerät bereits bar mit der Summe von 1999 bezahlt haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sie haben sich für das Modell 1991 entschieden. Das Beste seines Baujahres. Viel Spaß damit wünscht Ihnen Ihr Kühltechnik-Team. Wahrscheinlich einen neuen Kühlschrank gekauft. So, damit habe ich jetzt alles gelesen außer Gebetsbuch eines Klerikers. Reinhard ist das oberste Gebot. Deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Bekehre die Ungläubigen in Deinem großen Namen. Kalan, wir folgen Deinem Weg bis zum Tag der Rettung. So, nun haben wir aber alles. Jetzt gehen wir mal wieder dahin. Zu den Quests. Uhrensuche. Jetzt habe ich auf der Suche noch ein paar... Wie hieß denn jetzt das Ding? Es war ja eine Begleiter-Quest. Gefährten, Zahn um Zahn. Indizienbeweise. Hier. Müsste ich jetzt alles gemacht haben, ne? Ja. Dann kann jetzt hier diese Markierung erstmal wieder weg. Und... Dann geht's mal zurück. Dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir haben ja jetzt soweit alles erledigt. Dürfte jetzt mit unserer Leistung eigentlich zufrieden sein. Ich versuche dann gleich mal neue Klamotten und sowas zu organisieren, weil wir kriegen einfach zu krass auf die Fresse. Wir laufen halt immer noch mit dem Standard-Scheiß rum, ne? Duras, guten Tag! Ein Wort zum Mord an Ascor. Ein Wort zum Mord an Ascor. Brian kann es nicht gewesen sein. Barin kann es nicht gewesen sein. Ach, sag ich doch, Barin. Ascor war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Barin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Barin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Ja, ja. Torgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er das war, eher unwahrscheinlich. Torgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Unwahrscheinlich, dass er eine Leiche gerade dahin verschleppt haben soll. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Das passt nicht mit dem Schwert, mit den Schwertspuren auf seiner Leiche zusammen. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Ascor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Ascor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Ich glaube, der kann ein Schwert nicht mal richtig halten. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Ascor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Ascor wohl raus. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Der ist nämlich kilometerweit entfernt und chillt auf so einem Hof rum und hat eh keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Er hat Ascor nicht getötet. Dabei hatte ich ihn am meisten in Verdacht. Du hast mit Ascor zusammen die Prüfung angetreten? Wir haben zwar zur selben Zeit die Prüfung abgelegt, aber ich habe ihn kaum gesehen. Zu der Zeit hatte ich genug mit meinen eigenen Aufgaben zu tun. Das ist alles Zeitverschwendung. Eure Verdächtigen sind allesamt unschuldig. Das glaube ich nicht. Einer von ihnen muss es gewesen sein. Und wer soll das sein? Jemand, der noch vor ein paar Tagen engoliert war. Warum? Vertrau mir. Ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Hm. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Barin sagte, er wäre noch vor ein paar Tagen engoliert gewesen. Barin sagte, er wäre noch vor ein paar Tagen engoliert gewesen. Aha. Siehst du, ich habe es doch gewusst. Er vergöttert dich. Was soll das sein? Die Mordwaffe? Was soll da sein? Die Mordwaffe? Möglicherweise. Oder noch etwas Schlimmeres. Was hat Barin vor ein paar Tagen in der Stadt denn gemacht? Also... Was hat Barin vor ein paar Tagen in der Stadt gemacht? Ich werde es dir erklären, sobald wir den Beweis in der Hand haben. So ein Unsinn. Das ist doch hoffentlich nicht dein Ernst. Barins Lieblingsbrücke und deren Umgebung. Also... Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal hin. War kann ja gucken. Das ist ja noch keine Verurteilung. Barins Lieblingsbrücke und dessen Umgebung also. Wir werden sehen, ob an deinem Verdacht etwas dran ist. Ja, aber warte. Egal, was du dort findest, bring es erst zu mir und öffne es nicht, okay? Warum? Vertraust du mir nicht? Ich fürchte, es würde deinen Tod bedeuten. Tatsächlich. Ich warne dich. Tu, was ich dir sage. Hm. Vertraue mir einfach. Ach, okay. Vielleicht warst du das auch selber, ne? Vielleicht war es er. Du, ich könnte dein Schwert gebrauchen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Hm. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Aha. Willst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay. Ich bin dabei. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. So, mitkommen. Mitkommen. Okay. Wir haben endlich einen Waffengefährten und wir treffen uns vor den Ruinen, wenn wir getrennt werden. Okay. So, jetzt lass uns mal schauen. Ich gucke mal nochmal kurz ins Inventar rein, wie das überhaupt so rüstungsmäßig aussieht. Wir sehen nämlich echt scheiße aus. Momentan im Kopf haben wir nichts. Wir haben maximal eine Hose. Schachterhose, Jägerhose. Diese Hose wird häufig bei der Jagd getragen. Ja, mal. Die trage ich gerade, ne? Eine praktische Arbeitshose brauchen wir nicht. Wir haben sonst nichts. Wir haben nichts für den Körper, nichts für den Kopf. Ich geh jetzt mal ein bisschen gucken. Also wir sind halt komplett aufgeschmissen. Waffen haben wir in Beil. Das kann ich leider noch nicht tragen, weil mir ein bisschen Stärke noch fehlt. Reitschwert fehlt mir Geschicklichkeit. Rostige Axt. Ja, die trage ich schon. Vielleicht finden wir was Geileres schon mal. Machen wir mal die Karte auf. Ich suche mal nach Händlern. Kaldrim. Hier haben wir den Überlebenslehrer. Waffenhändler. Da. Mach mal eben eine Markierung hin. Ich geh jetzt mal zum Waffenhändler. Da lang. Danach guck mal bei den Rüstungen mal rein. Ich bin ja sonst eigentlich einer, der am Anfang ungern Waffen und sowas kauft. Das ist mal eine Markierung jetzt hin. Sowas hätte ich auch gerne. Da. Er ist hier der Waffenhändler. So, guten Tag. Zeig mir mal, was du hast. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Verstanden. Also, was kann ich denn davon schon tragen? Nichts, Alter. Die Zwinge kann ich tragen. Metallschwinge, Kriegerschwert. Wir sind echt noch... Das ist so scheiße. Ist noch nicht so zweit. Einfache Zwinge der Outlaws. Aber wer schlägt schon mit Werkzeug? Macht den aktuellen Schaden plus 1, oder was? 23 plus 1. Was macht unsere jetzige Waffe? 22. Ja, viel mehr ist das jetzt nicht, sag ich mal, ne? Was kostet das Ding? Zeig mir deine Ware. Verstanden. Scheiße, teuer, deswegen lassen wir das. Deswegen kostet es 350. Ja, vergiss das. Viel zu teuer. Können wir knicken. Lassen wir mal. Äh, aber er hat Rüstungen. Zeig mir mal deine Ware. Er hat auch Rüstungen. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Verstanden. Was hast du denn an Rüstungen am Start? Ach, gar nichts. Okay, ne, hat er nicht. Gut, lass uns nochmal zum Rüstungsmann gehen. Einfach nur nochmal checken. Was macht er da? Ich hab die Karte geöffnet. Rüstschmied. Gehen wir mal da nochmal eben hin. Ups. So. Da lang. Der war da oben, glaub ich, ne? Mal gucken. Ja, Rüstung. Irgendwas, Mann. Ich kriege er nur aufs Maul. Ich bin richtig die Kackwurst. Aber gut, das kommt ja noch. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Denk an Gothic. Wie lange du da rum eierst? Wobei, gut, die erste Rüstung kriegst du relativ zügig, ne? Bauer Lobart kriegst du schon mal deinen Bauernklamotten. Bei Gothic 2 jetzt. Bei Gothic 1 weiß ich gar nicht so genau. Dauert es, glaub ich, ein bisschen länger. So, ein wunderschön. Guten Tag, Hallöchen. Äh, erzähl mir mal bitte, ne, ich wollte Rüstung haben. Wo ist der Rüstungsmann? Das ist ein Teleporter. Technik. Das ist nur der Schmied. Verkauft der mir nix? Lieber Schmied, wieso verkaufst du mir keine Rüstungen? Das war doch unten der Typ, ne? Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du bist. Find's schön? Wieder. Hier, guck mal. Rundschwert. Gibt's hier irgendwas, was geil ist? Schredder. Ne, wir sind einfach noch zu kacke. Kriegsschild. Hier gibt's ein paar Sachen. Werkerhelm. Jägerrüstung. 800. Würde natürlich schon mal einiges helfen. Aber ich muss erst noch leveln. Ich hab ja noch ein paar Sachen, die ich leveln möchte. Wäre wahrscheinlich jetzt sinniger, erstmal die Skills zu erlernen. Ich kann nochmal gucken, was ich noch verkaufen kann. Verkaufen. Du kannst haben die Eisenstange. Diese Eisenstange. Das hebe ich auf. Das würde ich erstmal behalten. Handel akzeptieren. Rüstungsmäßig kannst du haben die Schachterhose und die Werkerhose. Die brauche ich beide nicht. So. Dann können wir nochmal zu einem normalen Laden gehen. Unsere netten Dame. Dann verkaufen wir da noch Stuff. Wo war die denn? Sind da hier. Der Persönlichkeitslehrer. Und hier kann man lauter Stuff verkaufen. Gehen wir da nochmal hin. Und dann werden wir danach gleich skillen. Ich muss eben meine Liste wieder aufmachen. Meine Notizen. Jetzt würden wir das jetzt gleich machen. Aber. Junge. Alter, was ist denn hier los? Gehen wir erstmal zu Cinder. Und verkaufen da mal lauter Gedönse. Ich hab so viel Klopapier und so. So viel Scheißen kann ich gar nicht. Weißt du? Da können wir ruhig ein bisschen verkaufen. Oh, gucken wir mal. Guten Tag. Hallo. Moin. Na, Born. Bei dir alles gut eigentlich? Ja, Born ist zufrieden. Nö, 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 nö. Dü, dü. Cinder, liebe Frau. Wie sieht's aus? Möchte gerne ein bisschen was bei dir verkaufen. Mh. Irdor braucht Proviant. Irdor braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Ach, das ist dem, den wir die Setzer zurückbringen müssen. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Setzer jagen? Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Alles klar. Wenn du ihm nicht helfen willst, dann wird er halt sterben. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der zwei gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber naja. Für die Sätze reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein. Du hast aber nett von ihr. Nicht zum Verzehr geeignet. Ich bringe mal so ein bisschen Gammelbrot. Meinst du die Sache mit dem Brot jetzt ernst? Meinst du die Sache mit dem Brot ernst? Ja. Denkst du, ich mache Witze? Mir ist es ehrlich gesagt total egal, wer was ist. Sollen sie von mir aus daran ersticken? Sie sind es gewohnt, dass ihr Alltag geregelt ist. Ich hingegen bin auf mich allein gestellt. Mitleid können sie von mir keines erwarten. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Du musst es ihm ja nicht geben. Nee, ich gebe ihm vernünftiges Zeug. Danke. Leute, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen gebütigen Break. Der Hahn hat gekriegt. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt so weit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne. Und am Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis zum nächsten Mal.